Servus Leute! Hallo! Und grüß Gott, da sind wir mit dir! Alter Leute, Sommerferien haben wir gehabt, ne? Schön am Strand, Miami Beach, geile Ersche, ne? Schöne Figuren. Und dann sind wir aufgewacht, ne Leute? Schuld ist angesagt. Was sagt ihr dazu, Alter? Das ist echt. Schuld. Pass auf, ist der Schuld auch, ne? Schick anzogen, ne? Weißt du schon. Willst du halt präsentieren bei den neuen Lehrern? Ja, sehr klar. Freilich, und die Weiber. Wenig schleimer, schleimer, wenig schleimer. Hock ich mir rein ins Zimmer mit einem Kumpel, ne? Haben wir gesagt, hocken wir uns zusammen. Wollten wir ganz hinten, ne? Hocken wir uns in die hinterste Reihe. Keiner hat uns gesehen. Freilich. Die ganzen Plätze vorne rum besetzt. Was sagt die Lehrerin? Ach, da hinten, da seh ich euch ja gar nicht. Ab nach vorne. Er wollte erst der Schuld auch schon wieder am Arsch. Jetzt darf ich vorne hocken, leg mir am Arsch, Alter. Bei mir genau sowas schon. Ich hab gedacht, mach ich schlau, ne? Links hinten ans Fenster. Hat nicht geklappt. Direkt vorgehockt. Ja, da ist so viel Platz in der Mitte, kommt einmal vor. Mach ich nie mehr. Ja, ich hab auch noch was zu erzählen. Weißt schon, bei mir ist die Schuld ausgegangen. Erste Woche, das erste Mal war in Ordnung. Zweite Woche Abschlussfahrt. Hab mich schon gefreut, ne? Berlin hab ich mir gedacht. Das ist eine schöne Stadt. Auf einmal hab ich einen Hunger, ne? Seh ich da einen Bratwurst stand. Geh ich hin, sag zu dem, könnt ihr ja mal drei im Weckler haben. Sagt der zu mir, was willst du haben? Ja, drei im Weckler? Sagt der, kenn ich nicht. Hab ich den einen gescheuert, ne? Der hat nicht mehr gewusst, wo links und rechts ist. Hab ich mir die Bratwurst genommen, drei nahe ins Weckler, und dann hab ich's gegessen. Was ich nochmal sagen wollt, Alter, bald ist Kerwa, Leute. Stimmt. Da dreht man auf, Alter. Alter, Kerwa, da müsst ihr alle vorbeikommen. Da dreht man auf, Leute. Da gibt's immer wieder ein gutes Essen. Aber wo dreht man auf der Kerwa? Frage 2, oder? Nicht so wie in Berlin, Alter. Nicht einmal Schäufele haben sie gehabt, kannst du dir das vorstellen. Das ist echt so. Geh ich da nach, ich lese die Karten, Alter. Kein Schäufele da. Ich bin durchgedreht. Ich bin froh, dass ich jetzt wieder daheim bin. Gleich ans Gessen mit Knieblern. Hast du schon. Hab ich auch gemacht. Ja, also, das waren die Geschichten, was so im Sommer los war, ne? War schön. Ja, danke, ihr Wichser da drin. Das sind natürlich die Gänse. Die Föder Gänse, die Föder Stadt Gänse. Ja, das sind ganz nette Kerle. Wir haben mich schon viel unterhalten. Ich würd' sagen, wenn euch das Video gefallen hat, Neues Format, Neues Format, Leute. Geschichten aus dem Stopper. Geil die Scheiße. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ich würd' sagen, Servus!